Sie kamen über Nacht, wir schliefen tief, eng umschlungen. Der Hund des Nachbarn schlug nicht an, der Säugling aus dem ersten Stock, der uns so oft schon aufgeschreckt hatte, blieb ruhig. Nichts war zu hören, kein Lärm, keine Schreie, keine Schüsse, nicht das Brummen von Maschinen. Im Rückblick war das einzig Ungewöhnliche die Stille, die über uns lag. Beklemmend bis heute, heimgesucht worden zu sein, ohne irgendetwas bemerkt zu haben. Als wir aufwachten, war über uns entschieden. Um Viertel vor sieben läutete der Wecker, zur gewohnten Zeit, als wäre nichts geschehen, und wie an jedem Morgen war es Astrid, der als Erste munter wurde, den Alarm abstellte, Aufstand in die Küche ging, das Radio einschaltete, das Wasser laufen ließ, das Fauchen der Espressomaschine war zu hören, während ich langsam aus dem Bett stieg. Ich ging ans Fenster und zog an der Perlenschnur, um die Lamellen der Jalousie zu wenden und das erste Tageslicht einzulassen. Im Hintergrund die Erkennungsmelodie des Morgenjournals und dann der Sprecher, der zuerst verkündete, wie spät es war, darauf die Sendung ansagte und die Hörer begrüßte. Danach kam bereits die Meldung, die der Moderator mit fester Stimme vorbrachte, als redete er von einer Gesetzesvorlage, von einer Steuerreform oder von Unruhen in einem fernen Land und kaum war die Neuigkeit offenbart, ging er bruchlos zu anderen Ereignissen über, aber da hatte ich bereits kurz innegehalten, ein Stutzen, dann jedoch angenommen wohl etwas falsch verstanden zu haben. Doch nach dem Verlesen des Nachrichtenblogs folgten die Berichte im Einzelnen. Und nun war jeder Irrtum ausgeschlossen, eine aufgekratzte Stimme, voll Euphorie und Begeisterung, was mitgeteilt wurde, war eine Sensation. Ein Augenblick von historischem Rang. Alles klang unwirklich und erinnerte fast an einen Witz. Während ich den Tisch deckte, langsamer als sonst, und zuhörte, schnitt Astrid das Brot auf, nahm die Butter und meine selbstgekochte Erdbeermarmelade aus dem Kühlschrank, aber mittendrin schüttelte sie den Kopf und lachte. Das könne nicht wahr sein, meinte sie. Das müsse einer jener Streiche sein, die Journalisten ihrem Publikum zuweilen spielten. Ein Scherz! Ich legte den Zeigefinger an den Mund und bat sie, still zu sein. Zu Panik bestehe kein Anlass, wurde im Rundfunk erklärt. Niemand sei verletzt, geschweige denn getötet worden. Danach der Einstieg in eine Sondersendung. Korrespondenten aus verschiedenen Ländern wurden zugeschaltet. Andernorts hatten Politiker bereits Erklärungen abgegeben. Wir können melden, ein Kontakt mit Außerirdischen hat stattgefunden. Noch müssen Informationen eingeholt werden. Bisher ist niemand zu Schaden gekommen. Allem Anschein nach besteht keine Gefahr. Es waren teils feierliche Ansprachen, Willkommensadressen. Bleiben Sie bitte an den Geräten. Weitere Nachrichten folgen. Überall fielen dieselben Wörter. Die Journalisten sprachen von menschlich anmutenden Wesen, von Humanoiden oder von Anthropomorfen, von einer hochzivilisierten Gattung, von extraterrestrischem Leben, von außerirdischer Intelligenz. Der Griff nach der Fernbedienung, im Fernsehen die neuesten Nachrichten, doch nirgends ein Foto von jenen Besuchern aus dem All, kein Kameraschwenk auf ihre Raumschiffe, nichts. Ein Sender zeigte Schemen aus alten Filmen, Zukunftsvisionen der Vergangenheit, fremde Fratzen mit Insektenaugen, Kopffüßler mit Spinnenfingern, Langschädel mit Spitzohren, greisenhafte Zwerggestalten, die ganze imaginäre Rassenkunde eines fiktiven Kosmos. Allein daran, meinte Astrid, sei doch zu erkennen, was von der ganzen Geschichte zu halten sei, nämlich nichts. Wieso es denn kein Bild von diesen fremden Wesen gäbe? Sie würden doch zweifellos, sobald sie angekommen seien, Spuren hinterlassen. Bitte. Ich will zuhören. Zu einer anderen Tageszeit hätte ich Bekannte angerufen, um die Situation zu besprechen. Das Telefon als Weltvergewisserung. Der Blick auf die Botschaften der anderen. Die Kurzmitteilungen, das Durchstreifen der sozialen Netzwerke. Aber das Handy lag noch im Schlafzimmer und war lautlos gestellt. Ich solle abschalten, bat Astrid. Mir müsse es doch auffallen. Diese Nachrichten konnten nicht wahr sein. Du arbeitest immerhin selbst für ein Magazin, sagte sie. Wieso glaubst du so einen Quatsch? Sie rückte ihren Stuhl an den Tisch. Ich will frühstücken. Setz dich endlich. Der einzige Außerirdische, dem ich heute begegnet bin, bist du. Lichtjahre von mir entfernt. Ich bin untertitelt. Ich will sie nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr. Er hat sich nicht mehr. Ich möchte dein Herz mitbringen. Ich muss mich nicht mehr. Ich bin der dritte,